Mein Name ist Martin Wendling, ich bin Architekt hier im Kölner Umland und meine Firma heißt Wendling Architektur. Beim Projekthaus 13a handelt es sich um mein eigenes Einfamilienhaus und das Haus wurde somit von mir entworfen und entwickelt. Wir befinden uns einerseits mitten in der Innenstadt, also in einem urbanen Umfeld. Das Haus liegt inmitten von mehreren Kirchen, mitten in einer grünen Oase. Wir haben einen elektronischen Schließzylinder in Verbindung mit einer Segwist-Anlage und das Haus verfügt noch über eine Videoüberwachung. Ich habe einen Partner gesucht, der alle Sicherheitssysteme in einer Anlage vereint und habe mich da informiert und mit Kollegen gesprochen. Wir haben großen Wert auf die Videoüberwachung gelegt und vor allem sehr großen Wert auf die Nutzung der Kameras über eine Handy-App und damit sind wir sehr zufrieden. Der Herr Braun hat mich hier bei allen Fragen unterstützt und die Anlage wurde innerhalb von zwei Tagen bei uns installiert. Bisher sehr. Ich finde insbesondere wichtig, dass das Ganze über eine Handy-App zu steuern ist und das finde ich sehr komfortabel gelöst. Bisher ist ein, das Ganze über eine Handy-App zu steuern ist und das Ganze über eine Handy-App zu steuern ist. Vielen Dank.